So, da sind wir wieder zu Let's Play Helfer Cairns. Ich würde sagen, wir machen uns mal direkt hier auf den Weg. Wir sind nämlich an der Seite des Guardians so festgebracht mit unseren Magnet-Boots und ja, sind bei Janice, da wo der Master Chiefs auch ist und er hat ein gestelltes Signal und wir müssen ihn finden. Genau. Okay, ich guess. Oh Gott, diese Musik. Shoot and run, ja. Run and gun heißt das, wenn schon. Ich ignoriere jetzt einfach mal, denn das ist mir jetzt gerade nicht so die Kampfsituation hier. Ah, fuck. Oh fuck, oh fuck. Ihr geht schon dezent. Was ist hier los? Also, what the fuck. Ähm, das ist schlecht. Ist hier eigentlich sowas wie die Wirbel oder wie? Verstehe ich das? Oh Gott! I got a bad feeling about this. Es ist kein guter Saalauf-。 Fuck! Oh oh. Oh, quack, quack, quack. Stab, 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 stab. Oh fuck. Nein. Nein. Es wird eine harte Landung. Gott. Oh. Okay. Das war unerwartet. Hallo. Das funktioniert? Ist das das richtige Ort? Let's versuchen das wieder einmal. Spartan Jameson, locket die Sierra 117. Bitte respond. Geh, Dr. Halsey hat uns gebracht. Wir sind hier, um dir zu helfen. Wie bist du hier? Long story, Sir. Quartana hat sich die Forerunner aktiviert. Wir sind in den Garten. Das ist du. Das gleiche wie Meridian, wie St. Helios. Ich, du gehst wirklich. Quartana? Also, das ist der richtige Ort. Lass ihn finden. Viermal sind in der Luft. Wir halten unsere Hände. Das ist der Plan. Also wir sind hier. Was ist der Plan? Wir finden einen Weg, um den Chef zu finden und von dort zu gehen. Die Musik ist so mysteriös. Ich frage mich immer, wie das in der Entwicklung läuft. Ja, wir brauchen mysteriöse Musik. Das fand ich auch immer noch geil, diesen Trailer, diesen Clip von 3for3. Oder von 3for3 besser gesagt. Auf dem Halo-Channel. Also nicht auf dem Halo-Channel, sondern auf dem Halo-Channel auf YouTube. So. Und, ähm, ja. Mit der... Mit der dramatischen Musik, nichts muss eigentlich passieren. Und es ist... Es ist sehr lustig. Ich verlinke es mal. Schaut mal rein. Gott. Äh... Das ist sehr lustig. Oh. 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 Ähm... By the way, there are a number of hostile visitors just outside. Call me Cupid. Oh. Hallo. Nice. Das ist gut. Gefällt mir. Ne, Luminat. Das ist verwirrend. Jetzt wird's... Jetzt wird's komisch. Oh. Das passiert so oft. Ah. Ähm. Nein. Mh. 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 No, we go. You. Fahre. Slip. Slip. Group. We're in Scorpion, standards. We've created a small amount of rubbish from their origin planet. Rubbish. We need to tell these guys, they've already lost the world. Guardiain. Hm. Why has she called so many? A single Guardiain can effectively police the solar system. This show of force is unsettling. I'm sorry. Police? Show of force? Indeed. Guardiains are how the Forwander's enforced peace in the lower systems. Okay, das ist natürlich, naja. Bist du Yoda oder was? Aber ich finde, rubbish, das ist so ein geiles, britisches Wort einfach. Man, it's totally rubbish, rubbish. Achja, bald geht Game of Thrones weiter. Freunde, Freunde, es wird einfach herrlich. Oh, sorry, Buck. Wasn't my plan at all. Keine Ahnung, das ist so geil. Und vor allem, wie Tarrington zum Beispiel Brothers ausspricht. It's my brothers of the Night Switch. Das ist herrlich, es ist einfach so gut. Auch wenn ihr The Fourth Awakens in der Originalversion gesehen habt, also auf Englisch. Ja, war auch geil. War ein paar gute Briten und Schotten dabei, war schon geil. Hans Solo, mate. What's going on with you? Very nice. Buck, ich will jetzt eigentlich... Ich denke... Es gibt mehr von denen, als es da waren, was ich glaube, ist dein Objektiv. Geh es! Ich denke, es sieht aus wie der Rodin hier ist. Es sieht aus wie der Rodin hier ist. Ja, so viel zu Buck. Danke, immerhin kannst du das, ne? Ach, da bist du ja, hi. Oh Gott, da kommen wir aber auch noch hin. Oh, ich könnte... Und Reis? Was? Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen? Cortana wird in die physikalische, in die normale Welt niedergeboren und es ist kein... Stopp! Stopp! Das ist zu viel von mir! Ich meine... Hallo? Das ist schon krass. Oh, oh. Ähm. Diese Reis. Ja, ich kann jetzt sehen, warum der Rodin hier problematisch ist. Du bist ziemlich destruktiv. Ja, doch. Ich tue mein Bestes, ja. Also... Wollte eigentlich auch nächstes Jahr bei den Destructive Awards ausgezeichnet werden. als bester Forerunner-Zerstörer. Aber es ist schwer, es ist schwer, den Chief anzukommen. Ja, der hält den Rekord her seit Jahren. Ich will nicht mal rückwärts fahren. Oh, jetzt haben sie sich den Race gepackt. Das war mein... Wollte ich auch ungefähr so haben. Ich hätte es ihnen eigentlich auch sagen können. Gott. Stimmt. So. Und dieses Kettengeräusch vom Scorpion ist schon auch nice, ne? Ähm. Ich mach das mal, ne? So. Ich weiß aber, dass das jetzt gleich noch relativ schwierig hier wurde. Weil relativ viel auf einmal wieder kommt. Ja. Nehme ich Knights. Scorpion, äh, Reis. Und noch diese Geschütze. Ne, schon, macht schon damage auch zum Scorpion. Ne, ihr seht ja, ich brenne ja auch schon. Da ist jetzt nicht mehr so viel rauszuholen eigentlich. Was doof ist auf jeden Fall. Was? Der springt hin. Und... Du Sau! Du teleportierst dich einfach hinter mich. Oh mein. Ich war niemals in der Kampf. Ich war niemals in der Kampf. Ich war niemals in der Kampf. Das ist eher schrecklich und entschuldig. Mhm. Du bist ja auch ein Illuminat, ne? Da... Hallo. Mein Name ist 343, Guilty Spark. Was? Warum treffe ich den nicht? Gott. So. 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 Ähm, ja. Soll vorkommen. Genau. So. So. Oh, ich kann Brötchen auch arbeiten, scheint es zu sein. Meistig. Komm schon. Und du wahrscheinlich wieder wirst. Soll ich wieder. Er ist eher... Ich kenn den schon. Ich hab die Bekanntschaft schon mit dem gemacht, ja. Oh, oh. Ja, aber so gegen Fahrzeug hast du ja nicht... Hast du ja jetzt nicht so viele Chancen, ne? Boah, beim letzten Mal war es viel schwieriger. Da hab ich den Tank einfach stehen müssen. Fantastisch. Ich bin so glücklich, dass du überlebt. Aber trotzdem, der Warden ist victorisch. Wieso? Dies liegt in ihren Plänen, dass jede Sekunde Cortana Gaines als ein Geschenk. Wahrscheinlich, aber ich kann dir sicher, dass die Menschen noch in der Gaitway sind. Das ist doch kein normales Song, ne? Naja. Gut. Es ist ja unausweichlich, also los. Ja, und schon wieder der Warden. Na, wie sieht's aus? Achso, stimmt, sogar zwei Wardens. Zwei Wardens? Ah, crap, das wird spaßig jetzt. Hm, Snipes in the back. Oh oh, da kommt schon wieder die Kugel auf Doom. Hm, das seh ich nicht so. Mein Fight ist erst dann, wenn ich sage, erst ist dann, jo. Because, äh, ja. Einfach darum, ja? Gott, mein Aim ist aber auch echt scheiße geworden. Siehste, und da kommt wieder die Kugel auf Doom. Und man kann einfach nicht immer alle, beide Wardens beobachten. Und das ist ruhigbar. So. Oh, der Saw-Sound ist echt geil eigentlich. So, wir gehen das jetzt am dümmsten an. Sagen, wir gehen erst mal... Kommen die mal ein bisschen entgegen dem Jungen. Oh oh. Oh, da sind noch diese... Oh, das ist auch keine normale Saw, wie ihr seht, ja. Ja, ich will den aber nicht so furios haben, ne. Ich will den eher down haben. So ungefähr, ja! Ja! Sag ich da, ja! Ja! Oh, so ein Supercrawler. Ähm, oh, lass mal doch einen Light Ruffle mitnehmen. Wenn ich sehe gerade, BR ist nicht mehr so aktuell. So, du störst mich nicht. Ja, komm da einfach mitten ins Bild gesprungen, what the fuck. Buck, 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 buck. Well, 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 well. Das schafft sie nicht. Oh, fuck, fuck. Oh Gott. Das war, das war knapp, das kann ich euch aber sagen. Uiuiuiuiuiui. Gut, ein Checkpoint haben wir, das gefällt mir. Oh, da sind... Oh nein. Also mit dem Scorpion sind sie mit einem, zwei Schüssen down, aber so ist das mies. Oh Gott, da ist noch ein Knight. Ja, ja, du wolltest dich auch wieder so anschleichen, ne. Ich sehe das schon, war ich hier. Fick dir in der Familie, habe ich das Gefühl. Trying to... Puh, ich dachte schon, er springt in den Abgrund, aber... Ey, komm. Er kann doch jetzt auch mal drauf gehen. Hallo, ich habe eigentlich die Waffe gewechselt, aber gut. Machen wir es halt mit dem Light Rifle. So, der Geiz. Jetzt sind wir uns zu einem zweiten geworden, gleich mal kommenden. Erstmal diese Schütze. So, jetzt sind wir noch ein zweites, ne, ja. Let's see. Okay. So, dich holen wir auch noch. Okay, ähm, fast keine Munition. Da unten gibt's Munition, wie's aussieht. Konsequenz, bla bla. Größere, große Wörter, dramatic terms, bla. Oh, fuck, er engaged. Ähm. Ich weiß. Ja gut, so ein bisschen. Also, er hat schon was. Doch. So, ist er down? Ja, ne. Oh, gut, und tschüss. Konsequenz ist kein Robot. Ich dachte, du verstehst das. Was ist er denn? Also, ne KI ist für mich auch ein Robot. Irgendwie. Oh. Ja, die Sour hat, na, hm. Nein, ne, 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 so weiter. Die gefällt mir irgendwie. Geschmack, schau mal. Haben wir noch irgendwo, da haben wir noch voll. Wir haben vollendlich fast, ja, gut. Ein Schuss. Ja, das war's wert, definitiv. Ähm, warum müssen? Durch die Mitte im Zweifelsfall, ne, ja. Exactly. Hallo? Okay, cool. Du bist zu late, dass du nichts machst. Cortana? Nein! Oh nein! Sie sollte nicht so nah an sie gebracht haben. Das wird den Warden über alle Straftat. Oh nein! Das muss, das muss doch nicht sein. Man kann doch fahre sein. Ah. Chief Mission, Chief Mission. Oh. Fuck! You will allow them an audience. You is all in the name of what, Cortana? Warden, don't. They need to undo your plans. They will disperse your guardians. Leave, Warden! Oh! Oh! I'm sorry. I didn't think he could get in here. Enough games. Getting the band back together. Why? Forerunners used guardians to keep troublesome worlds in line. I intend to do the same. You what? If there is no trouble, there will be no need for discipline. I have work to do now, John. Come to me, quickly. Oh, fuck. Warum? Ah. Okay. Es ist alles noch ein wenig konfus, beziehungsweise so langsam klärt es sich eigentlich, aber immer noch ist es bewirrend, nicht wahr, Fred? Ähm. Ja, wir werden das beim nächsten Mal fortsetzen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang wir hier schon sind, weil ich auch eine Pause hatte und da überhaupt. Aber ich hoffe, es passt. Okay. So viel dazu. Das war's mit dieser Ausgabe von Let's play Hell of Five Guardians. Bis zum nächsten Mal.